Okay, da ist es, das Huhn. So, dich brauch mal. Jetzt ist die Frage, guck mal, da ist sogar noch ein Huhn auf dem anderen Dach. Das ist doch nicht dein Ernst. Gott, ey. Okay. No risk, no fun. Okay, also ich schmeiß das Huhn mal runter. Das wär jetzt fast in die Hose gegangen. Ähm, warum ist es jetzt von der Leine runtergelaufen? Muss ich das verstehen? No risk, no fun. Richtig. Nervenkitzel. Purer Nervenkitzel, den brauch ich. So, ist halt die Frage, haben wir noch woanders Hühner? Huhn hatte Angst, ja, auf jeden Fall. Hast ja auch seinen Freund geschlagen, einfach. Ja, das habe ich natürlich einfach so gemacht. Da hat jetzt keiner irgendwie noch so nebenbei irgendwas gesagt und, ne, so von wegen. Schlag doch mal das Huhn und dann bleibt er drinnen, bis du tot bist. Das ist nie passiert, nein. Guten Abend, zählt der Junge. Kannst du für mich mal drehen? Hattest du noch einen Dreh übrig, Jens? Und guten Abend. Hallihallo. Weil es darf ja nicht jeder einfach drehen. Na, hier müssen Drehs, äh, quasi sich erarbeitet werden, sagen wir mal so. Du, 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 ich weiß es halt nicht mehr. Hatte Jens noch einen Dreh übrig? Habt ihr eine Ahnung, Leute? Schreibt es gerne. Du hast gesagt, ich soll mir das aufheben bis zum nächsten Stream. Stimmt, da habe ich auch was im Hinterkopf. Ja, hat vom letzten Mal noch gesagt, soll es aufheben. Wie kann man sich das erarbeiten? Eigentlich gar nicht. Man muss Glück haben. Hm. Ich weiß jetzt nicht, ob das so gut ist. Ja, da hat noch eins übrig gehabt. Ne, also wie gesagt, erarbeiten kann man sich das nicht. Also, ich muss Glück haben, dass einer mal ordentlich was gibt und dann die Mitglieder, äh, die Sachen verteilt oder selber halt Mitgliedschaften, äh, erkaufen, sag ich mal. Sonst, äh, eskaliert das zu sehr mit den drehen, wenn jeder drehen kann. Und auch so zehnmal übrig, genau. So. Ähm. Ich weiß nicht, haben wir noch irgendwo anders Hühner? Ich darf keine Schultertasten mehr benutzen. Das nervt mich gerade richtig. Okay, warte mal. Ich spring mal hier rüber. Da ist jetzt kein Huhn. So. Ich habe eine Frage, an welcher Stelle im Spiel bist du gerade? Ich habe erst den Stream gesehen. Ähm. Ich bin jetzt... Ich habe den Waldtempel abgeschlossen. Die Eishühle haben wir abgeschlossen. Und jetzt sammeln wir gerade ein paar Hühner. Oh nein. Okay. Jetzt sammeln wir gerade ein paar Hühner, in der Hoffnung, dass wir vielleicht irgendein geiles Item bekommen. Und... Hinter der Windmühle könnte auch noch gut sein. Ja. Da gucken wir auch gleich nochmal. Ähm. Ja. Jetzt, äh, gehen wir quasi in den Feuertempel oder in den Brunnen rein. Das ist gerade unsere nächste Mission, die wir so streiten. Hm. Ich sag schon mal Tschüss und schöne Ostern. Bin jetzt AFK. Wäsche aufhängen. Bis zum nächsten Mal. War ein toller Stream. Lady MacKurus, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Und, äh, ja. Schönen Ostern. Äh. Hm. Dü, dü. So, wollen wir hier vielleicht noch einen Huhn? Nö. Okay. Ähm. Wir gehen jetzt mal hier noch rüber auf die andere Seite. Ja, das, was du gerade spielen tust, habe ich mir letzte Woche bei einem anderen YouTuber angeguckt. Der hat sich ein bisschen komisch angeschaut, aber war sehr, war sehr interessant. Dü, dü. So, warte mal. Wir nehmen uns mal kurz einen Huhn mit. Komm mal mit. Küchen. Brauch dich nochmal kurz. Wie viele Hühner sind es normalerweise? Sieben, oder? Oder sechs? Ich glaube sieben. Dü, dü, dü. So, dann einmal hier hin. Den schmeiß mal wieder rüber. So. Das Huhn hier nehmen wir auch. Hallo? Hm. Hat das geklappt? Ja. Ist gerade tatsächlich für Hühner sammeln echt nervig, dass ich keine Schultertaste benutzen darf, weil wegen Blickwinkel ändern und so. Dü, dü. So, gucken wir mal, ob hier oben noch ein Huhn ist. Ansonsten habe ich gerade keine Ideen mehr weiter. Doch, hier ist noch eins tatsächlich. Ich hoffe, das waren alle. Habt ihr noch Ideen, wo Hühner sein könnten? Mio. Magst du lustige Witze und verstehst du den Inhalt? Das musst du ausprobieren. Also, ja, gerne. Und ob ich das verstehe, das musst du ausprobieren. Scheiß Autokorrektur. Muss leider auch gleich gehen. Bin aber im Herzen immer hier. Oh. Vielen Dank, Ariana. Ähm. So. Ähm. Wo ist denn... Eins müssten wir noch haben. Hier ist es. Jawohl. So. Na zu, nein. Du hast schon viele Geburtstagswünsche gehabt hier. So. Let's go. Okay, ein Herzteil kriegen wir. Aber, das ist nicht schlecht. Da freuen wir uns doch auch drüber, über ein Herzteil, oder? Also, ich schon. Gut, komm. Wir schauen nochmal in den Brunnen rein. Weil ihr es seid. Let's go. Mal gucken, was hier abgeht. Ach du Scheiße. Kann ich hier wieder das Wille reinhauen? Nö. Au. Ah. Ja, ich glaub, der Brunnen wird eklig werden, Leute. Und die Musik ist auch super, oder? Die Musik, die mag doch jeder. Ach du Scheiße. Nicht der schon wieder. Ich darf nicht... Oh, ich darf keine Schultertassen benutzen. Mann! Lass mich mal hoch. Ah. Wo geht eine Katze hin, wenn sie Ferien macht? Ins Mietshaus. Den Witz hab ich irgendwo gehört. Ins Mietshaus. Okay. Ich ignoriere den mal. Ähm. 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 Äh. Ähm. Leute, da ist keine Wand. Äh. Hä? Jetzt ist da eine Wand. Oh. Die Musik im Brunnen ist ekelhaft. Hä? Ich weiß gar nicht, was du meinst. Oh, Nachtschwärmer. Hi, Kuppel. Äh. Ne. In Irrlicht. Aber der scheint ein bisschen zu backen, der... Hä? Hä? Warum kannst du durch Wände gehen? Ich will das auch. Also, wisst ihr was? Wir haben 50 Degustäbe. Ich werd jetzt benutzen. Auge der Wahrheit wär super, ja. So, tschüss. Ähm. Hm. So. Der ist ganz traurig. Genau. So. Das ist ein Geist, der kann durch Wände gehen. Nein. Warum können das Geister? Ich hör eine Skulli. Aber ich glaub, die ist hier, ne? Man, das hört sich so an, als ob hier... Weißt du, wo du hin könntest? Wo du kein Auge der Wahrheit brauchst? Wo denn? Okay, hier komm ich nicht durch. Da ist ne Mumie. In den Wasser, Tim. Hahaha. Hä? Ne. Das fühl ich jetzt ja gar nicht. Okay, da kann ich nicht durchschießen, leider. So. Hallo, Zombie. Das ist nicht gesagt. Stimmt. Vielleicht brauch ich auch im Wassertempel. Mann. Vielleicht brauch ich auch im Wassertempel, in Auge der Wahrheit. Das weiß man nicht. Mann. Oh Gott. Ich glaub, da kann man durchfallen. Ah. Okay. Skulli, nehm mal mit. 54. Hier braucht man Schlüssel. Hmhmhm. So, hier kann ich runterfallen, ne? Nee, hä? Kann ich hier vielleicht... ...was sprengen? Marzell, hallihallo. Schönen guten Abend. Was geht? Nee, kann ich nicht sprengen. Hä? Was ist das? Ist hier ein Gitter. Ist hier vielleicht ein Gitter. Das kann sein. Okay, warte mal. Spielen wir hier kurz... ...ein wunderschönes Lied. Hm, hm. Okay, Wasser geht runter. Hier ist leider gar nichts. Und wir... Da hinten ist ein Skullty. Ein Skullty. Wir klatschen mal schnell doch... ...den Jungen hier weg. So. Und da ist doch aber bestimmt... Nö, doch nicht. Geil. Noch eine Skullty. Ist hier wirklich was? Ja, okay. Hier kann ich mich droppen. Oh! Oi! Ja, her damit! Was haben wir da? Hm, schade. Die Kiste hat mich verarscht. Aber gut, wir haben eine Dungeon-Karte bekommen. Äh... Auch nicht schlecht. So. Okay. Was haben wir denn hier? Ich glaube, ich muss da einfach rüberspringen mit, ne? Ich glaube schon. So, zack. Und... Ach, Manu. Äh... Oh. Okay. Ich hoffe, das geht. Das geht nicht. Scheiße. Hört auf zu lachen. Hört auf zu lachen. Ich weiß gar nicht, was so lustig ist. Ah... Will vielleicht einer drehen? For free? Ne. Ah, komm. Das zählt aber nur einmal, bis ich es schaffe, ja? Ansonsten mache ich hier aus. Das geht nicht mal. Hä? Das geht nicht mal. Das geht gar nicht. Dreh. Nee, nee. Wir lassen das drauf. Aber es geht halt auch gar nicht. Äh... Krabbelmine? Au. Okay. Da passiert auch gar nichts. Das waren sechsmal. Nein, nein. Das zählt nur einmal. Nee, das geht nicht. Schade. Ja, aber hä, wie soll ich mal denn hier wieder rauskommen? Verstehe ich jetzt gar nicht. Habt ihr eine Idee, wie man hier wieder rauskommen soll? Drehen wir nicht manchmal alle am Rad. Hä, verstehe ich gerade überhaupt nicht. Habt ihr noch eine Idee, was ich machen könnte? Ein unsichtbares Loch in der Wand? Ja, das kann halt auch sein. Aber ich komme hier nicht rüber. Ein Schalter. Der Schalter ist hier aber auch nicht. Eine Bombe drüber werfen, klappt ja auch nicht. Ja, dann, äh... Machen wir es so. Achso, Quatsch. Ich kann gar nicht... Ich kann gar nicht quieten. Aber ich muss das ganze Spiel neu starten dann. Ja, dann, äh... Also, ich muss über einen Emulator neu starten. Das ist ja auch komisch. Äh... Warte mal, Reset. Wo ist Reset? Zurücksetzen. Zack. Ja, müssen wir so machen. Ah, okay, Leute. Gut, das lädt jetzt eh 5 Minuten. Leute, wir heben die 5 Minuten, die ich gerade verdeidelt habe, für den nächsten Stream aus. Weil es lädt jetzt eh. Ja. Wir machen dann im nächsten Part weiter. Im nächsten Stream. Macht Feierabend. Genau, machen wir so. Wir machen die 5 Minuten im nächsten Stream gleich dran. Ändert mich bitte dran. Und, äh... Ja. Danke für den tollen Stream. Schöner Ostern. Dankeschön, Mareike. Ja, ich wünsche euch auch alle ein schönes Ostern. Schönes Wochenende. Und, äh... Ja, ich mache mir jetzt einen schönen Abend mit meiner Frau noch. Schönes Date. Und, ja. Viel Spaß euch noch. Schönen Abend. Und toller Stream gewesen. Danke an euch alle. Bis zum nächsten Mal. Und Marcel Triebisch ist ein Ritter von Hyrule geworden. Juhu. Cool. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüssi. these trueíts.